Jetzt besuchen wir den zweiten Teil der Ausstellung Alles Kunst im Raum of Zeit in der Schützeberger Straße 31 in Wolfhagen. Am Wochenende haben die Künstler einen Ausstellungswechsel vollzogen. Jetzt steht Origami und Gemälde wieder im Vordergrund. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leider sind oft Lichtreflexe auf dem Glas. Das trübt den Kunstgenuss etwas. Es ist immer besser, man besucht die Ausstellung persönlich und nimmt die Objekte selbst in Augenschein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin von der Kunstfertigkeit der ausstellenden Künstler immer wieder beeindruckt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Origami ist die japanische Papierfaltkunst. Mit einiger Fingerfertigkeit und Geschick lassen sich zwei und dreidimensionale Objekte fertigen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Arztin gefertigt. Eine wirklich schöne Idee. Arztin gefertigt. 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 Besuchen Sie die Ausstellung. Ersteigern Sie eine der Collagen oder kaufen Sie eine Stilblüte. Der Erlöst dieser Objekte kommt der Wolfhager Musikschule zugute. Also Sie tun was für sich und Sie tun was für die Musikschule. Untertitelung des ZDF, 2020